Ich sage mal guten Morgen und möchte mich heute zu meinem Wintergarten äußern, den wir mit der Firma Knoppe Wintergartenbau haben errichten lassen. Im April diesen Jahres haben wir damit begonnen, aber die ersten Kontakte gab es schon im vergangenen Jahr im Oktober mit Herrn Knoppe. Super Beratung, durften wir alles schön selbstbestimmt, was hier so stattfand, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich, sonst wäre es wahrscheinlich ex-probitant teurer geworden. Im April war ich davon zu bauen mit der Firma, Handwerker super drauf, also alle Gewerke, da können wir überhaupt nichts gegen sagen, ganz tolle Leute, super Arbeit. Im Juni sind wir dann fertig geworden, da war die Abnahme und seitdem nutzt man halt zu jeder Zeit. Also abends, meine Frau sieht gern mal einen Krimi, ich liege dann hier lieber im Wintergarten und schaue dann raus und ist dann halt super, super, super gemütlich. Ja, immer wieder mit Knoppe.